und um die Leute hier bei LB Atomica die heute mal ein Video mal wieder an Kreisler und das nächste Video wird dann wahrscheinlich Legops 2 sein wahrscheinlich oder auch die online kommt drauf an und sie haben mehr Video war ja an natürlich die Einführung das erste Rennen jetzt wollen wir mal schauen was hier alles noch so gibt das macht man einfach mal wieder weiter da wo wir gestern stehen geblieben sind so okay Fahrer Angeboten was er so Fahrerangebote okay wir haben ja mal das teuerste nehmen Nisorn ja noch Porsche Nisorn Porsche Nisorn Porsche kann mich entscheiden ach komm wir mal Porsche so am A mal den Wagen mal anschauen kann man gar nicht anschauen ich weiß sie gar nicht wie das aussieht ach komm wir mal so gut von der Nase putzen Leute wartet mal kurz nicht lachen was sie gerade hören werden schon vorbei schon vorbei oh 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 okay schöner Start schöner Start nein die rennen mich ja alle ab okay erste Kurve geht voll nach rechts sehr ich kann auf dem Map unten oh 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 nein mich hat's wohl rausgeholt oh geht's hier gerade ab ey ist aber richtig geil wow ich muss einfahren eigentlich immer bei einem Let's Play ich bin ja total schlecht ganz am Anfang so einmal den Kumpel mit Driften dann mal wieder nach rechts schön nach außen gehen ja der steht im Weg wow ich muss mir auch unbedingt mal äh Formel 1 2015 kaufen ist gerade auch neu rausgekommen glaube ich ja ohne Nachricht interessiert mich gerade äh voll wenig so oh oh ja wieder eine schöne Kurve nein ich musste früher lenken ja ist noch gerade so noch gut gegangen ja ich bin einmal in die Wiese rein ich bin ja total schlecht so aber jetzt mit Vollglas durchs geht nein es geht nicht nein es geht nicht es geht nicht es geht nicht es geht nicht doch es geht ich bin älter Platz oh mein Gott es sind nur ein paar in deinem aber nur ein paar oh schöne Kurve oh schön schön so der andere eine steht davor vor mir fährt wie die letzte Sau oh schon beendet oder wie nice wenn es jetzt schon fertig ist ne ach so es hat noch eine Runde ok passt ja oh nein ich muss sie früher abbrennen äh warte mal man konnte doch irgendwas hier machen und müssen sind mit zu setzen da ohne ja das rennen wir halten ein bisschen für den Depp gedacht so wie ich gerade eher aber ja für den Anfänger ist es doch gut oder Leute schreibt es mal in den Kommentaren he 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 jo man könnte ich ihn mal ein bisschen trifft weil ich eh eh der Letzter bin kann ich triften nice 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 ok ich muss hier unbedingt meinen Lenker kaufen so wäre auch noch tipptopp für mich äh dann könnte ich eventuell sogar doppelt so gut sein als jetzt oder sogar ja das dreifache oder sogar das vierfache oh ja schon trifft oh nein ich muss sie wieder nach draußen gehen aber egal so ui ui schöne Kurve oh ok da bin ich vorher rausgeflogen jetzt nicht mehr komm 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 nein boah die Gas geben so ja war halt ein bisschen Pech für mich heute boah wie die Scheibe so dreckig die Scheibe total dreckig alter ganzer Matsch von der Wiese äh wundert euch nicht die Leute ich bin ein bisschen erkältet ja ach hast jetzt noch eine dritte Runde fasse ich ja nicht oder ja das hat noch eine dritte Runde geil ok spannend spannend so jetzt schön früh einlenken nein jetzt war wieder ein bisschen zu spät manno ok ich versuche mal die beste Runde zu machen jetzt obwohl ich schon gerade bei der erste Kurve versäumt habe so schön früh einlenken das war's hier ist auch und jetzt direkt wieder einlenken so ja das war gut jetzt direkt außen rum gehen dann können wir mit voller Pulle durchfahren hier jo geht ohne brennen die nächste Kurve geht nach rechts so so immer eine 20 Grad Kurve jo jo früher einlenken so ja oh wow so die perfekte Kurve eh weil ich mich jetzt gemacht habe denke ich mal so so wow ok ja ok da ist er noch gut gegangen und die anderen sind dort hinten ok ok ne mo 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 ich hoffe ich glaube ich nicht mehr einzuholen aber ja egal ist eh schon beendet jetzt ja trotzdem noch gut gegangen gut gegangen 16. Platz das nächste mal werde ich mich ein bisschen einfahren mit das gleiche Ränder dann kann ich mit euch dann die Kampagne hier weitermachen ja das ist aber richtig geil das ist die Wiederholung von mir oh da war ja das war ein bisschen schlecht ja der Porsche ist eh schon ein bisschen geil das aber ok egal so direkt weiter ja so wie es aussieht ich bin nicht mal auf der Liste ah doch da kann man ja scrollen ja der YouTube ja das ist das letzte die Unterschied hier 4 4 Minuten 12 und der schnellste war dreieinhalb Minuten 3 Minuten 33 Sekunden sogar die Millisekunden zählen sie oh mein Gott ja okay sieben auch alle sogar knapp wie zum Beispiel der 4. und 5. Platz da ja Gidia André oder der Claudi Groselin oh Paul ja schöner Name Paul ja weiter drücken lade Runde Zeit noch okay oh schön oh ne passt ja Bonus ziel leider versäumt ja man bekommt das glaube ich bei jedem Rennen ein bisschen Kohle hoffentlich trotzdem habe ich noch was rückblende Bonus nochmal 4.500 9.000 ist doch gut wer das in real life wäre das super für mich so Leute mit dem nächsten Rennen hier ich denke mal das näher in den nächsten Rennen machen wir mal mit ein oh ein 3er BMW also der ist 320 SI aber man sagt zu denen immer 3er BMW 3er BMW am meisten die Türken das mögen obwohl ich das Auto sogar geil finde und ne ich bin kein Türke ich bin nicht weiter wie schon mal gesagt und ja oh Leute wenn es euch gefallen hat lasst ein Like hier und ein Abo und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal Adios Leute wieder ja 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 nicht